Ich auch. Ich will aber... Ich will Creeper töten, die sind lustig. Da ist er. Hallo, kleiner Mann. Hier bin ich. Hier. Hallo. Hilfe. Ich hab keine Pfeile. Äh, kleiner Mann. Hier. Hallo? Der ignoriert mich. Ist dem egal. Äh, ja. Hallo? Hallo? Probier zu ihm hochzukommen. I am the Creeper and I'm off the Creeper-Head. Äh? Ich probier da hochzukommen. Ach so, was wollt ich jetzt bauen? Was wollt ich jetzt bauen? Was wollt ich jetzt bauen? Äh, du wolltest an deiner Barhausen unten weiterbauen. Bauen an deiner Barhausen weiter. Hier. Ich bin oben beim Creeper. Creeper. Da unten ist er. Hallo, Creeper-Mann. Na? Und tschüss. Hey. Äh, passt auf, passt auf. Äh, ich mach mal Cowabunga und sowas. Moment. Bäh, die Kraft. Cowabunga. Haha. Wenn ich jetzt einen Bummen höre, ne? Er ist tot. Ich bin auf ihn runtergesprungen und bin fast tot. Hat jemand was zu essen? Will leben. Matche. Lebst du noch? Ah. Essen. Danke. Wie lange habt ihr beide noch Zeit? Ungefähr bis Montagmorgen. Aha. Und die Dame? Wieso kann ich die... Weiß ich nicht. Ah. Erde nicht. Hä? Ich kann es zwar einsammeln. Hä? Wovon redest du? Ich rieche Erde, aber ich kann es nicht einsammeln. Okay. Manchmal ist das ein kleiner Leck, dann bleib einfach dabei stehen und warte, bis du sie kriegst. Das ist, wenn andere auf den Teufel sind, aber ich bin doch selbst auf dem Teufel. Aha, also. Hm. Ich weiß nicht. Ignorieren wir es einfach. Äh, sammeln wir immer noch Holz oder machen wir was anderes? Also, ich bin schon wieder drinnen. Ich sammle immer noch Holz. Okay, das reicht doch. Ich habe jetzt ganz viel Holz. Ich habe jetzt eine richtig schöne Ecke, aber ich brauche noch was. Was brauchst du denn? Ja. Ich könnte für uns Essen sammeln gehen. Wie wäre das denn? Das ist eine gute Idee. Also, Essen ist eine richtig gute Idee. Gut. Hallo, Puh. Bäume wachsen doch nicht unterirdisch, oder? Hä? Bäume würden hier nicht wachsen, oder? Wenn ich hier einen Baum hinsetze. Äh, mit genug Licht und mit Knochenmehl, ja. Gut, weil ich will nämlich, dass er nicht wächst. Aha. Okay. Cool, stirb. Juhu. Ich soll vielleicht dafür... Nee, ich habe kein anderes Schwert. Ich gehe gleich mal... Gibt es denn wo Sand in der Nähe? Äh, ja, an der Küste. Wir sind doch hier praktisch auf so einer Insel drauf. Da gibt es überall Sand an der Küste. Ich gehe gleich mal Sand besorgen. Kann ich auch machen. Ich bin eh von der Nähe. Wenn du willst. Creeper! Creepermann! Eigentlich kann Sand. Nee, ja, Glasses. Der will immer fast explodieren, der Mistkerl. Tot! Wir haben Gunpowder, Sprengpulver. Juhu, und jetzt? Und es wird dunkel. Okay, ich nehme Sand mit. Wie viel brauchst du? Ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen will. Äh, okay, ich nehme einfach mal ein bisschen mit. Jo. Es wird dunkel. Elf Sand habe ich. Ich nehme noch ein bisschen mehr mit. Habe ich noch? Habe ich noch? Habe ich noch? Ja, habe ich noch. Nein, habe ich noch. Hä? Hier ist ein Loch im Boden. Ein Loch im Boden. Und die Frau im Bunde, was treibt die? Bauer meiner Bauhausen. Das ist cool. Und ich treibe mich hier in Höhlen rum. Oder sowas ähnliches. Oh, ohne Ohren. Ja, ich bin reingefallen aus Versehen. Ich kann die ganzen Sachen nicht einsammeln, die hier rumliegen. Was soll das? Das ist manchmal lag. Oh Gott, hier sind Monster. Hilfe. Alles, was auf der Kiste draufliegt, kann ich nicht mitnehmen. Was soll das? Tja. Ich nehme die Kiste jetzt weg. Und ich begebe mich jetzt in Lebensgefahr. Kann ich sein. Aua. Ich habe da einen Bummen gehört. Ja. Creeper und so. Ob Monster und Zombies und alles mögliche. Skelette. Was weiß ich nicht alles. Aua. Scheiß. Nein, aua. Skelette. Wenn du Hilfe brauchst, dann sagt doch ein Tod. Ich bin viel zu weit weg. Äh, so. Hat schon geklappt. Alle tot. Ich bin Level 12. Ich bin... Nicht mal... Wird nicht mal angezeigt. Ah, cool. Vielleicht bist du im Creative Mode unterwegs. Nein. Aber ich habe nicht mal Level 1. Wieso bin ich jetzt in der Höhle? Ich will hier wieder raus. Ich nehme die Fackeln wieder mit. Aber hier ist Kohle. Die könnte ich mitnehmen. So, Kohle. Ich glaube, ich muss mein Zimmer vergrößern, wenn ich mir das hier so angucken. Wie viel Kohle habt ihr beide jeweils? Ich habe ganze 0. Meine Maus ist leer. Ich muss neue Batterien für meine Maus holen. Einen Moment. Ihr könnt zu zweit alleine kurz moderieren. Moment. Hallo. Ich bin hier. Hier. Ich bin da. Ah, das ist gut. Aber das hier ist viel cool, weil ich muss ausbauen. Aber du hast schön dekoriert hier. Joa. Klein, aber fein. So soll es sein. Äh. Das ist bestimmt voll spannend, wie jetzt die Leute einfach ein Stückbild anschauen. Wir chatten bestimmt die meisten ab. Es ist nicht spannend. Tu was. Du siehst nicht. Noch Blumen. Ich muss nochmal raus. Ihr hattet Spaß zu zweit. Das ist schön. So, als kann ich auch die Kohle weiter abbauen. Zum Glück hat mich kein Zombie gefressen. Haben wir noch Tag? Haben wir noch Tag? Haben wir noch Tag? Nein. Keine Ahnung. Ey, die Tür müsst ihr zumachen, ne? Ich gehe da jetzt nicht raus. Es ist nicht Tag. Ja, dann legt euch ja beide schlafen oder so. Obwohl, nee, ich schlafe ja nicht. Das geht, wie lange du wach bist. Stimmt, ich baue hier gerade Kohle ab in der Höhle. Unfassbar. Tja. Und aus Versehen auch einen Stein. Ich muss mein Zimmer vergrößern, aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Hilfe, Hilfe. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Monster. Hier ist Eisen, das könnte ich auch mitnehmen. Haben wir irgendwo Glowstone? Nee, wir haben keinen. Schade. Äh, Sanugia, wie viel Kohle hattest du nochmal? 16. Und Shaya, du nochmal? 0. Okay, dann brauchen wir nur noch nicht welche. Weil ich nochmal so weiß. 0 plus 16. Oh, ich muss den Taschenrechner holen. Plus meine 13. Hilfe. Zombie. Irgendwo. Wo musst du jetzt Glowstone rein? 1 und... Oh, ich sehe nichts. Fuckin. Oh, dieser Zombie, er ist da, aber ich sehe ihn nicht. 2. Glowstone. 1, 2, 3, Wand, 4... Was? Oh, ich muss gerade rechnen. Willst du mir den Neter und Glowstone holen? Nein, aber ich rechne gerade, wo ich ihn vereinbaren müsste. Ah. Und wenn ich jetzt hier längst gehe, dann müsste ich hier... Na, schaumfeln wir noch ein Loch? Ja, und jetzt habe ich einen Durchgang. Cool. Ein Durchgang, in dem man nicht durchgehen kann. Warum? Weil man durchgucken kann. Das ist ein Durchblick, quasi. Wozu? Und mir fällt schon wieder Dings auf den Kopf. Ach, Dings, kenne ich auch. Ja. Ist interessant, macht Spaß, wenn einem das auf den Kopf fällt. Ach, Kies, meinst du? Ja. Hat er dich zerquetscht? Nö. Schade. Hier ist ein Zombie und ich sehe nicht, wo. Das macht nervös. Er ist im Wasser, okay, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es. Oder ich mache das so. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Spinne. Wo ist die Spinne? Gott, das macht voll nervös. Ach, da unten. Da ist Wasser, okay. Da sind die Vicher, okay. La la la. Bäh. Bäh. Okay, eine Spinne stirbt draußen gerade. Oh, jetzt haut mich hier der Kies doch kaputt. Tja. Ich muss mal raus. Ich brauche nämlich auch eine neue Spitze. Tja. Du hast doch bestimmt Holz und Steine, also kannst du dir eine machen. Stimmt. Ich will da hoch. Hilfe, ich komme nicht mehr raus. Oh. Ich will hier weg. Irgendwo ist gerade eine Spinne verreckt, aber ich weiß nicht warum. Bäh. Wo ist das Vieh? Das erschreckt mich gerade. Bäh. Bäh, fuck. Bäh. Scheiß Vieh. Fuck. Das ist doch noch Nacht. Stürbige. Bäh. Alter. Ich habe so gewusst, dass die mich gleich erschreckt. Wo geht's nach Hause? Es gibt kein Zuhause. Doch, aber wo? Zuhause ist eine Liege. Oh Gott, nein. Oh, das ist ein Spider-Jockey. Wie viel Pech habe ich eigentlich? Kacke. Ich habe noch nie einen gesehen. Ja, hier ist gerade einer gewesen. Ich glaube, wie viel Pech kann man haben? Jetzt muss ich mir das Video hier angucken. Ja. Oh, ja toll. Schade, ne? Ich dachte, ich komme drumherum. Das ist auch das erste Mal, dass ich... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen getroffen habe. Oh, ich töte jetzt ein paar Monster-Komm. So. Hühnchen, Federn, viele Pfeile und so. Ach, nur Fleisch. Was ist da? Ein Skelett. Du brauchst keine Musik einlegen. Ich sorge dafür. Oh, mein Spitz hat jetzt kaputt. Sanluge, du darfst auch Musik machen. Was darf ich? Musik machen. Ich verzichte. Schade. Das klinge bei dir bestimmt lustig. Deswegen. Und die macht hier übrigens eh nur mit, dieser Nugir, weil sie so ein großer Fan von mir ist und unbedingt mitmachen will. Ja, ein Biss. Jetzt halt. Was willst du gerade sagen? Nee, egal. Ja, denke ich auch. Ich habe nicht ewig gebettelt, dass du mitmachst und so, nein. Wo geht's nach Hause? Ich will nach Hause. Wo geht's lang? Ja, ja, ja. Ich will nach Hause. Hilfe. Wo geht's? Hallo? Ich sehe den Berg nicht mal. Scheiße. Teleportieren. Ähm. Hä? Ähm. Teleportieren. Ähm. Nein. Äh, ich schaffe es auch so. Vielleicht gehe ich auch gerade in die falsche Richtung. Keine Ahnung, aber... Ich lade auch den Baum und gucke nach. So. Okay, kein Berg in Sicht. Das ist toll mal super. Ich sehe nicht mal... Ich bin wahrscheinlich in der falschen Richtung. Huch, wie ist das denn passiert? Hä, wo bist du denn auf dem... Wie bist du denn? Ich weiß nicht. Voll der Bug und so. Ach, süß. Ich bin in meine Höhle gekommen. Du machst dir einen Holzboden. Schaut ja schön aus. Was machst du hier hinten? Warum ist da ein leerer Raum? Weil der noch nicht fertig ist. Was wird da hinkommen? Ein Klo. Fisch überlegs mir noch. Na, brauche ich mal oben weiter. Ihr könnt hier in den Keller einziehen. Das sind meine Untermieter. Und... Gut. Ach ja, ich habe ja einen Haufen... Ne, ich habe nur 14 Kohle. Ich habe viel zu wenig abgebaut. Kacke. Habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5? Nein. 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße, ich brauche noch einen mehr. Irgendwer kriegt da gerade Schaden. Äh, nein. Aua. Nein, gar nicht. Wir machen nichts. Soll ich mit der Schere kommen? Hier ist ein Skelett. Ah, da. Hallo Skelett. So, meins. Level 13. So, jetzt. Hör auf mich zu schlagen. Du hast angefangen. Das war nicht ich. So, äh, was will ich überhaupt? Ich will essen. Ich will Ofen. Da. Kohle. Dann will ich mir Essen einbraten. Äh, braten einfach. Braten. Genau. Und dann... Huhn habe ich auch noch. Da kann ich Essen an euch verteilen. Schön, ne? Ein, zwei, drei, zwei... Scheiße. Was ist scheiße? Drei. Nichts. Ich esse jetzt verrottetes Fleisch so. Jetzt bin ich vergiftet. Juhu. Lol 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 lol. Ich bin vergiftet. Troll lol lol. So, was war eigentlich nur noch praktisches? Da war ein Schwert und da war Erde und... Ey, hier ist ja noch ein Haufen Essen. Warum nutze ich das nicht einfach? So. Jetzt brauche ich... Ey, hier ist auch ein Haufen Holz, oder? Ich habe Kohle gefunden. Wisst ihr, was wir alle nämlich die ganze Zeit nicht gemacht haben? Einfach in den Vorratskeller gucken. Da ist ein Haufen Zeug. Wir haben einen Vorratskeller. Ach, jetzt habe ich hier vorhin. Eben, da habe ich jetzt einen Haufen Essen auch gefunden, das ich jetzt beraten kann. Bruder, du bist unser Koch. Ja, total. Und den Rest macht ihr. Ich bin nur der Koch. Dann möchte ich aber gerne ein Vier-Gänge-Menü. Nee, du kriegst einfach bloß ein Steak. Mehr nicht. Nein, nein. Ja, das ist auch schon mal was. Dann nehme ich mir schon mal ein bisschen was mit. Wieso ist denn hier so viel Kohle? Braucht gerade einer von euch Essen? Nein. Nö. Gut, dann habe ich das Essen. Ich brauche aber Glasscheiben. Hast du zu welch Sand mitgebracht? Nein. Ah, doch, Sand, doch, Sand. Klar, ich habe 24 Sand. Blöcke. Brenn mal ein. Ja, wo bist du? Ach, du willst Glas haben? Äh. Glas willst du? Dann hier. Ja. Oh, hallo, Glas. Das habe ich von drüben mitgebracht. Da kannst du auch ganz viele Glasplatten machen. Ja, genau, das habe ich vor. Wenn ich nochmal weiß, wie das geht. Äh, du musst einfach an eine Workbench gehen und dann, äh, da das sozusagen Quadrat legen, glaube ich. Oder zu irgendeiner rechteckigen Form oder quadratisch irgend sowieso was. Ah, hier. Dann kriegst du ziemlich viele sogar raus. 16. So, und wo hängt denn die Dame rum? Ich finde die gerade gar nicht mehr. Die ist weg. Naja. Ich habe sie aufgegessen. Ach so. Ach, da ist er ja. Hallo. Dann, dann, dann. Hm, was baue ich jetzt? Ich glaube, ich baue mein Schlafzimmer aus. Das habe ich oben im Berg gebaut. Das ist voll viel cooler als eures. Das ist ganz weit oben. Was machen wir jetzt mit den Portalen und sowas und dem Meta? Irgendwie ist es blöd, dass wir immer fliegen müssen jetzt. Müssen wir uns das Neues überlegen. Ähm. M? M und M? Ja, was? Ich überlege gerade, was ich hier baue. Ich weiß nicht, wie ich den Eingang baue. Das weiß ich auch nicht. Musst du dir überlegen. Das lasse ich. Ach so, da dann. So, und hier will ich jetzt, äh, das richtig haben und so. So, richtig. Ich will hier innen alles mit Holz vertäfeln. Vertäfeln. Jo. Schaut doch lecker aus. Ups. Ey, die Tür. Wo ist die Tür? Ach, da ist die Tür. Der Berg ist zu Ende hier, wo ich gerade bin. Ich bin hier. Der Berg ist zu Ende? Ja. Hier ist ein Hinterausgang, habe ich jetzt. Äh, das ist aber nicht so gut. Das muss wieder richtig gemacht werden. Ja, ich wollte da sowieso was anderes reinmachen. Ich weiß nicht, aber ich wollte Holz da reinmachen. Ah. Ich mach's, dass man schon da raus nicht spielt. Okay. Ich, das ist so schwer, hier jetzt eine richtige Form reinzukriegen. Das ist so nervig. Kacke. Nein, verbaut. Genau, verschwinde einfach Holzblock. So, und dann muss ich... Stirp, Holzblock, stirp. Nein, ich wollte ihn eigentlich setzen, aber... Hey, ich sehe da unten einen Namen. Cool. Und da ist ihrer. Oh, cool, ey. Ihr seid ziemlich unter dem Ausgang. Unter dem einen. Ja, deswegen. Ich bin hier gerade durch die Wand halt durchgebrochen. Sieht man das von außen noch? Nein. Ach, das ist die Erde, die hier ist, oder? Weiß ich nicht. Nimm sie halt mal weg. Ah, hi. Na? Au. Äh, warte, ich setze sie wieder rein. Moment. Äh, oder willst du da was anderes haben als Erde? Nö, nö. Ich weiß sowieso noch nicht, was ich hier rausmache, weil das sieht scheiße aus, was ich hier gebaut habe. Okay. Sieht scheiße aus. Weg damit. Äh, Treppen wären auch nicht schlecht. Ah, ich hab Treppen. Cool. Ich hab auch zwei Treppen. Meine sind cooler als deine. Nee. Doch. Nein. Doch. Ich hab meine bestellt extra. Ja, meine sind trotzdem cooler. Meine sind Importware. Ja, meine auch. Ich hab sogar 40. Original aus, äh, aus Ikea-Land. Ich hab sogar noch 40 davon. Was willst du eigentlich von mir, ha? Aber meine sind aus Ikea-Land. Ja, und? Warte. So. Jetzt hast du eine Treppe von mir gekriegt. Ist doch schön, oder? Nee. Ich hab eine Treppe von mir. Achso. Äh, kacke. Jetzt muss ich die ganze Treppe umbauen. Hm. Äh. So. 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 Ach, verdammt. Ich muss die ganze Treppe umbauen. Ihr könnt momentan nicht nach oben und unten gehen, ne? Wir werden sterben. Weil ich alles umbauen muss. Das ist nicht so schön. Ich brauch bald neue Erde, wenn das so weitergeht. Tja. Was mir auch noch nie passiert, dass mir die Erde ausgeht. Ja, weil du so viel davon verwendest, plötzlich. Ich baue, ich baue meine komplette Wand aus Erde. Tja. Das ist eine komische Idee, aber es ist eine Idee. In meinem Texture-Fact sieht die Erde echt cool aus. Das ist möglich, aber das weiß ich nicht. Das ist deine Sache. Und Kies ist schon wieder überall. Stirb, Kies. So. Und jetzt hier die Axt. Und jetzt möchte ich hier die Schaufel. Genau. Jetzt ist richtig. So. Und ich da unten Erde. Hilfe. Kies. Oh, Kies, geh weg. Kies ist cool. Kies, geh weg. Kies ist cool. Nein. Kies ist lässig. Kies ist kiesig. Ja, aber auch lässig. Ja, aber auch kiesig. Sie entscheide. Was ist Kies, Sanugia? Gar nichts von Wein. Was dann? Was ist er dann? Irgendwas muss er sein. Weiß keiner. Doch, du. Ich weiß das auch nicht. Ja, dann bist du aber unwürdig. Und dann, äh... Steuern ist das halt so. Musst du sterben. Ja, aber auch. Komm her, ich töte dich. Komm. Komm du doch her. Okay. Ich komm. Was treibt ihr denn da raus? Äh, schlagen. Äh, wo bist du? Ach, egal. Ich warte, bis du wieder herkommst. Ja, ja. Töten ist lustig. Ich hab nämlich ein Schwert und du nicht. Ach doch, du hast ein Schwert. Kacke. Okay, dann vergiss einfach, was ich gesagt hab. Erst so ne Ansage machen und dann rückst du ja, ja. Ja, ich... Ja, mein Gott. Ich, äh, bin hier Cheffe und so. Ist mein Kanal. Ich kann machen, was ich will. So. Jetzt ist hier ne Treppe. Jetzt könnt ihr richtig nach oben und unten gehen. Warte, Moment. Das ist aber schön. Ja, sogar ne schöne Holztreppe mit Holzboden und allem. Wo bist du überhaupt? Ach, da. Hallo. Die Tür sitzt falsch. Nein, die ist perfekt für mich. Die ist genau richtig. Ach so, für, äh, Leute mit Gehstörungen und so. Hier ist jetzt so ein, äh, Meetingraum quasi. Ach so. Der Stuhl des Königs quasi. Ja, warte. So. Ja, König, nicht Dina. Ich bin gleich tot. Ja, schön, das freut mich. Hast du Hunger oder was? Ja. Ach so, dann, äh. Nee, ich hab nur lange nichts gegessen. Da. Du schmeißt doch mir das Essen erstmal rein. Ja klar, ich hab dir das Essen einfach reingeschmissen. Wie so ein Hund. Äh, warte. Jetzt kann ich... Wie weit kann ich denn noch in diese Richtung bauen? Äh, bis du im Nirvana ankommst. Nee, irgendwann bin ich wieder draußen. Ach so, so meinst du das. Ach, da ist sie ja. Also, wie war das mit Töten? Komm her. Okay. Ich verpasse die ganze Action hier an meiner Höhe. Siehste? Ups, ich hab ein bisschen was von deinem Zeug aufgesammelt. Hahaha. Ach, das muss ich alles wieder haben. Es liegt fast noch alles da. Wo bist du? Ach, da unten. Guck mal, wer hier auf dich wartet. Hehehe, nee. Okay, lassen wir es. Alter, das war keine Absicht, Moment. So. Oh, schon wieder ist meine Spitzhacken. Also, das mit dem Töten hätten wir jetzt geklärt, oder? Nee. Die Tür ist wirklich doof. Was ist denn, Shire? Nee, du hast recht mit der Tür. Ja, die steht da blöd. Hat ja doch gesagt. Wo ist mein Zeug? Mein Zeug liegt draußen. Achso. Ja, nicht da draußen. Andere Tür. Ey, Hilfe, was machst du da unten? Ich will... Oder er hier. Oder sie hier. Oder er hier. Oder sie hier. Sowas. Stirbtür. Irgendjemand hat gerade eine Tür vergewaltigt. Ich weiß nur nicht wer. Stirbtür. Ja, nicht töten. Vergewaltigt. Ja, ich hab's doch gehört. Mein Gott. Glaubt mir halt keiner. Ich hab's vergessen. Ach ja, ich brauch nur eine Spitzhacken. Und ich würd die Rüstung wieder anlegen, werte Dame. Äh, weil ich komm ja gleich wieder. Nein, okay, lassen wir's. So, da kommt Holz hin. Nee, da kommt kein Holz hin, verdammt. Da kommt kein Holz hin. Ach, das ist so blöd gelegt hier, die Treppe. Die ist so ganz komisch. Ach, kacke. Keine Spitzhacke. Äh, hat jemand eine Spitzhacke für mich, die er nicht braucht? Sofällig gerade nicht. Äh, und du? Ich kann ja meine bauen. Was zahlst du denn? Sie hat mir schon eine gegeben. Und ich muss ja nicht mal was dafür bezahlen. Das nennt man echte Freundschaft. Nicht so wie mit dir. Ich will ja eh keine haben. Deswegen buddel ich mich hier auch ein. Ja, damit dich keiner sehen muss. Nein, okay. Lassen wir's. So. Was brauche ich denn die Meilen? Ich brauche hier voll die schöne Holztreppe gerade. Und ihr ignoriert das vollkommen. Holz. Ihr wisst das gar nicht zu schätzen. Weil ihr voll gemein seid. So. Wow, hier steht ja voll die schöne Holztreppe. Ja, siehste mal. Siehste, Freya, sie ignoriert das nicht einfach so. Wo ist eine Holztreppe? Ich sehe hier keine Holztreppe. Weil du blöd bist. Und ich kann die Sachen nicht aufsammeln, weil mein Inventar voll ist. Sammel du mal die Kobbels da auf. Ich brauche die nicht. So. So. Ach, verdammt. Ich habe fast kein Holz mehr. Ich bauen wollte. Ach doch, ich habe noch ganz viel Holz. Okay. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ich habe ganz viel Holz. Ganz viel Holz. Wenn jemand Holz braucht, muss er es sagen. Ich habe welches. Habe ich noch Dingens? Ja, klar. Ich glaube, du hast noch Dingens, ja. Ey, renn mich nicht immer um. Ihr rennt mich immer um. Hast du hier gerade was weggehauen? 6, 12, 24, 30. Moment, ich brauche hier noch sowas drum. So, so. 8. Was zählst du da überhaupt? 9. Ich versuche gerade 18 durch 2 im Kopf zu rechnen. Ich kann keinen Kopf rechnen. 9. Ja, danke. War das jetzt dein Ernst? Nein, ich wollte einen Spannungsbogen erzeugen. Ach so. Na dann. Ist dir nicht gelungen. 18 durch 2. Wir fahren uns in der nächsten Folge. Wenn ich dich nicht im Kopf rechnen konnte gerade. Ach so. Dann will ich das hier so haben, glaube ich. Das sieht schön aus. Nein, das ist hässlich. Das muss weg. Wieso ist die Decke... Du hast in deinen Bereichen die Decke nur 2 Blöcke über deinen Kopf gesetzt. Das ist voll hässlich, Sanugia. Ich muss dich schämen. So. Und hier ist der Durchgang. Dann baue ich bis hierhin eine Dreierdecke. Moment. Bis hierhin. So. Und dann ist hier die Mausehöhle, wo sie drin wohnt. Wo keiner reinpasst. Dabei ist die in Realität größer als ich. Das ist voll unfair. Die ist größer. Hab ich dir das mal erzählt, Shaya? Die ist größer als ich. Er hat einen Holzblock in meinem Arsch. Bei der Boltzimmer. Er hat einen Holzblock in seinem Arsch. Sanugia, darf ich hier draußen einen Dreierdurchgang machen? Ja. Dame. Was? Darf ich hier draußen einen Dreierdurchgang machen? Du? Na, meine Fing. Okay. Wenn du es kannst. Du kannst es weisen. So. Weil sonst sieht das hier an einer Stelle irgendwie blöd aus. Kann ich die Tür in welchen hier hinsetzen? Hä, wohin? Wovon redest du? Eine Tür. Ja, aber welche Tür? Ups. Ich versuche hier gerade so einen schönen Durchgang zu bauen und weiß nicht genau, wie ich den haben will. So. So glaube ich. So will ich ihn haben. Ups. Ne, nicht so. So. Jetzt ist hier voll die schöne Treppe drin. Das kann nur ich. Das ist so schön. Das glaubt man gar nicht. Gleich spawnen hier bestimmt Monster, weil es dunkel wird. Hier im Treppenhaus. Ich konzentriere mich gerade voll auf meine Treppe und ihr macht irgendwas anderes. Wir haben hier hart zu arbeiten. Ja, ich auch. Am Ende wird das wieder so eine... Jetzt habe ich schon zwei Holzblöcke in meinem Schlafzimmer. Hä? Wie jetzt? Willst du die da gar nicht haben, oder was? Sind die da einfach so? Doch, ich kann ja noch umdisponieren. Ich kann ja noch umdisponieren. Ach, du willst da Holz haben? Warte, ich mach was anderes. Ich habe eine Menge Holz, falls du welches brauchst. Eine ganze Menge, oder? Nein, ich muss jetzt umdämmen, weil das jetzt doof ist, wie ein Faktier. Aha. Ich verstehe zwar nicht, was du meinst, aber es wird schon richtig sein. Ha, ich weiß was. Ich habe einen Vollplan. Ich muss bald wieder Holz haben. Nein, ich habe doch Holz. Ganz viel sogar. Ich habe noch locker... Warte, wie viel ist das? Ich habe noch fast zwei Stacks Holz. Und Treppen. So, was macht ihr hier eigentlich? Wie seid ihr eigentlich? Ich baue hier gerade die Treppe. Fertig. Die ist jetzt fertig, die Treppe. Ich muss noch eine Fackeln setzen. Ach, hier fehlt ein Holzblock. Moment. So. Kann ich da einen Holzblock hinsetzen? Geh mal da weg, bitte. Was haue ich dich? Nee, kann ich nicht. Die Treppe ist so komisch angeordnet. Das ist ganz merkwürdig. Ich glaube, wenn du jetzt hier runterkommst, dann schlägst du mich, weil ich jetzt unten das doof bin. Warte. Oder? Oder ist das okay? Ich muss gucken.